Moment, ich muss aber hier in den Jungle. So. Scheiße, ich hab das Sprungpad verpasst. Oh, Digger, einmal mit Profis. Jetzt rennt er zurück zum Sprungpad. Jetzt sehen sie dich, wenn du kommst. Nee, da kommt doch eh wieder keiner. Ja, ich glaube auch. Kann gar nicht sein, oder? Zwei Runde ineinander. Wiss der Jungler nicht, was er zu tun hat. Ich glaube, hier ist keiner. Nee, sonst hätten wir den gesehen auf dem Dings. Wenn der dich sieht, sehen wir den ja auch. Ihr geht immer so, dass ihr euch sehen könnt, ne? Die kommen ja von da oben. Du kommst von oben. Geht doch hier links rum. Wer ist denn der Jungler von denen? Kyla. Die bestimmt auf Mana, die bestimmt auf Mana. Wenn wir die kriegen, wär geil. Geil. Direkt aus dem Game genommen. Direkt mit vier Leuten von allen Seiten, als wär sie der Keks. Danach gleich Mörderkohlen. Es könnte keiner. Das dauert immer halt ein bisschen. Wir müssen halt... Die kommen halt auch erst, wenn die Minions spawnen, ne? Noch ein Ward. Ich hab doch da oben schon einen geplaced. Ja, lass mal alle Warden. Die sind da. Kyla sind in der Mitte. Okay, los. Gehen wir Mitte, oder was? Ja, Mitte würde ich sagen. Jetzt hab ich den. Wir nehmen das Ding. Ja, ich hab den vorher schon. Sorry. Aber in der Mitte ist Kyla. Ja, die töten wir. Kyla, Junge. Die darf nicht groß werden. Die kriegt jetzt Kyla. Das ist auch Murdoch. Ja, dann los. Das war Kyla. Wo ist sie hin? Ja. Okay, ich hätt noch ein Ward. Das ist Murdoch. Ja, ich hab keinen Stein ready. Das sind vier Sekunden. Ja, das ist geil. Level 1, Fleet in den Tower. Bier, scheiß drauf. Rein in den Tower. Komm, rüber, rüber. Rüber, rüber, rüber. Die holen wir uns auch noch. Ja, wir sind jetzt nur noch zu zweit. Da müssen wir aufpassen. Ich komm. Ich hab aber... Warte, ich hab... Die ist schon wieder da. Au, 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 au. Auffassen. Echt Schaden, ey. Jörbi. Ja, warum sagt der denn nicht? Weil der verrückt ist. Der ist tot. Oh. Sorry. Alter, der Typ killt mich hier. Lol, wo kommst denn du her? Ja, geil. Geil, geil, geil. Ich hab mir den Stein extra gespart. Alter, das ist doch viel Kitz. Du warst mit Level 1, Junge. Wo seh ich denn, wie viele Stacks ich hab? Willi, weißt du das? Bitte? Wo seh ich denn, wie viele Stacks ich habe? Achso, 6. Kann ich gar nicht sagen. Ja, ich glaub, ich... Ich glaub, 6, ja. Ja, ich glaub, 6. Soll ich das Minicamp tanken? Nee. Noch nicht? Ja. So, du meinst mich? Ich dachte... Mörder. Oh, what the fuck. Nee. Doch, 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 7. Äh... Geht wahrscheinlich nur mit Q. Digga, wir können die ganze Zeit links queaseln, ne? Mach mal Slowpush. Lass dich die ganze Zeit ran an den Tower. Das sind zwei Carries. Sie haben kein CC, nix. Sonny, komm die die ganze Zeit snacken. Komm snacken. Das sind... Das sind zwei Carries, Alter. Die haben keinen CC, gar nix. Die können gar nix machen. Wir lassen die extra nah an den Tower ran. Wir... Wir futtern die die ganze Zeit. Ja, Mitte wäre auch hier auch free, ne? Also, die sind auch... Beruhigt euch. Beruhigt euch, Leute. Ich komm ja. Ich mach's doch nicht. Wir brauchen ein paar Gangs, ey. Jetzt mach's doch alle. Ich mach's doch. Gewinne, gewinne, gewinne. Was sind das denn? Was sind das für ein Jungler? Der macht ja gar nix. Alter. Wieder nur am Feeden, ey. Ich glaub, die haben mich gesehen. Nee, doch nicht. Los, los, los. Ja, sind beide rausgeblinkt. Aber... Kriegst du den noch? Ich hab keinen... Ich hab keinen Wut. Kein Mana, keine. Der Stein ist erst um fünf Sekunden. Oh, geil. Der kraut sich nicht noch mal raus. Das können wir so die ganze Zeit machen. Kann ich jetzt mal nen Red Buff noch machen, schnell? Ja, mach. Ja. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Scheiße. Freu dich zu viel. Ich mein, das ist der Grund, warum man keine zwei Carries auf der Lane spielt. Und wenn die das machen, müssen wir das direkt ausnutzen. Direkt. 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 Wreckt. 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 Ich geh mal kurz weg, ich hab keinen Mana mehr. Alter, ich verschwende immer meinen Shotgun, weil ich nachladen will. Der Wichser. Auf ihn, auf ihn. Bist du da? Ja, ja. Mit der Freekill. Savorok. Komm mal. Ich bin an dem Minion stuck. The fuck. Wo ist der? Wo? Ich seh ihn nicht. Mit der Mitte. Wo Mitte? Läuft zurück. Läuft zurück. Läuft zurück. Läuft zurück. Wie viel Leben hat der denn? Zweien ziemlich. Achso, der hat ja noch mal viel Leben. Na ja. Ja, dann. Wir können, äh, Duo können wir ganken, oder? Ja. Ja, dann warte kurz. Ist die Duo-Lane da, wo man hoch hüpfen kann oder die Off-Lane? Ne, Duo. Ja, komm. Dann go, 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 go. Ja, warte, 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 warte. Der, der Alex ist einfach nur bei zwei HP oder so, ne? Ja, geht. Kann man nichts machen. Ich hab Scheiße gebaut. Ja, nicht auf mich gewartet. Ich hab Scheiße gebaut. Ja, Revenant. Let's go. Grenade! Du bist bei mir. Hast du noch einen Stein oder so? Äh, drei Sekunden. Und dann du den Ru... Dann go, 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 go. Ach, Scheiße. Ja, das war's. Boah, Alter, beide verfehlt. Ja, der, der ist nach vorne gegangen. Das ist doch der Captain. Wer ist der Captain? Der andere ist Dr. Rocketman. Ne, der heißt der Captain da. Stimmt, der Captain. Ich komm nach rechts. Ach so. Das ist unser Random. Bitte, bitte. Einmal kurz. Sag Bescheid, wenn du deine Ulti... Ich kann den gleich Stunnen und du hast Ulti drauf. Dann könntest du gelesen. Ja, wir können mal Stunnen rein. Ich hab keine Ulti, aber ich kann ihn doch tun. Ne, wenn du die ready hast, die Ulti. Willi, ich komm. Jetzt los, lass los. Ja, jetzt bin ich tot. Guck mal, ich hab doch die noch. Digga, die haben gar keine Chance. Double Carry, die kriegen richtig auf die Schnauze. Ich hab erst wieder eine Chance, wenn Shade seine Ulti hat. Dann kann er einen von uns beiden wegnehmen. Boah, ich ne Kill nicht gekriegt. Das schafft er nicht. Der ist low. Ja, der ist doch tot. Deswegen, wir killen den einfach so oft, dass der keine Ulti Guntis kriegt. Ja, hab ich den mitgekriegt. Sagen ich doch. Wir killen den einfach, dass der die ganze Runde nicht über Level 6 hinauskommt. Sollen wir Raptor machen, Leute? Wenn dann jemand zieht, dann haut der den. Alex, Alex, kommen Sie, kommen Sie, Alex. Wo denn? Hier, bei mir Raptor. War aber nicht so viel. Lass rauf, ich hab ne Ulti. Go. Einfach rein, einfach rein. Kriegst du den noch? Aua. Nice. Tauer mach, Tauer mach. Boah, nice. Ich kann den Tauer schon easy tanken. Ja, leider hab ich die Akku bekommen, aber egal. Kriegst du ihn noch? Ich hab dem aber auch Damage gemacht. Ich glaub, dann kriegt derjenige, der den meisten Schaden macht. Gib ihm, gib ihm. Das kann sein. Ich kann nix machen. Warum nicht? Ich bin tot. Oh. Boah. Weißt du, dass er dann die Agro switcht. Ab die Zeit. Weil ich bin ja zuerst rein, ich muss ja die Agro bekommen haben. Alter, Alex futtert die so durch, Alter. Boah. Oh. Alter, der kommt einfach mal kurz. Alter, Junge. What the fuck? Was war das, Alex? Alter. Geil. Geil. Ist links überhaupt jemand? Rechts, meine ich. Ja, die ist Sparrow, aber die ist raus. Achso, schon raus, ja. Ja. Was war das OP-Item? Alle 0-4-0-4. Komm. Ach, scheiße. Schon wieder los. Ja. Na gut. Wundert mich nicht. Ich meine, wer so von Anfang an so einfach... Haben die drei Carries gepickt? Verstört wird, ja. Alter, ne, die haben vier Carries gepickt. Und Kyla. Ja. Boah, ich bin an der Wand hängen geblieben. Kannst du jetzt dann? Kyla klingt wie so'n... Wie so'n Wildschwein, Alter. Komm, die hol' mal jetzt. Wenn der denkt, der kann blinken, Junge, blink' ich mit. Vorsichtig auch. Nice. Digga, wenn... Aber ganz ehrlich, die... Was haben die denn gedacht? Aber das sind wieder so Leute, die keine Ahnung haben, ne? Naja. Weil... Die sagen cool aus. Die Händen sagen cool aus. Die fühl' ich noch. Ich spiel'n Fernkämpfer. Die Nahkämpfer sind alle im Nachteil. Scheiße. Scheiße. Alter, wie du aber auch... Wie du aber auch instant schaltest, ne? Easy. Das war ja ne schnelle Runde. Können wir kurz ne Fünf machen? Oder ich mach... Ich setz' einmal aus, wenn ihr... Wenn ihr gleich Malta machen wollt. Mal gucken. Ja. Schaden an Helden. Warum war ich denn so schlecht? 6.000... Hat... Hat mein Kiri gemacht hier. Ich hab' 2.000 gemacht. Ich hab' gar keinen. Oh, ich bin 2.000. Digga, ich als Support hab' Ich als Support hab' fast mehr als alle anderen Helden gemacht. Aber ich hab' am meisten Schaden eingesteckt als Tank. Ja, du hast... Du hast... Du hast mehr Schaden mit... Du hast wahrscheinlich 2.600 Schaden mit dem Stein gemacht. Ja, ist so. Ich hab' Schaden an Monstern 16.000. Also, hallo? Okay, crazy.